David Schumacher, den wir nicht im Bild haben, von Position 15 auf die 13 vor. Sophia Flörsch nach wie vor auf der 22 und jetzt haben wir Full Course Yellow. Wow, was war das für eine Startsituation und wie bitter ist das für den jungen Mann aus Bukeraton, Bundesstaat Florida. Das ist ein Knopf, der muss jetzt aufpassen und ist dann eingezwickt zwischen Sebastian Fernandes und Lirien Zendeli. Beide kollidieren, das nochmal seine Onboard. Und jetzt schauen Sie mal, der ist zwischen beiden eingeklemmt und richtig harte Einschlag. Ihr seht nur, wie das Lick hat. Wir hatten richtig gesehen, wie sein Lick gerade umschlägt. Also da sind Felker auf Felker hart eingeschlagen. Da fragt ihr nach, was macht Zendeli da? Allerdings will ich die Schulter jetzt auch einem Zendeli nicht in die Schuhe schieben wollen. Aus dem ganz einfachen...